Bestnoten in der Liga, Nummer 1, 80% aller Schüsse gehalten. Er ist der dienstälteste bei Eintracht Frankfurt überhaupt in der Bundesliga. Man wundert sich, warum der noch nie hier war. Hier ist Oka Nikolov. Er ist seit 1994 aktiv, hat alle Höhen und Tiefen mitgemacht, kommt gleich aus der Nachbarschaft und war noch nie hier. Sie wollten nur hier. Ich wäre gern schon öfters hier gewesen, aber wurde leider noch nie eingeladen. Zum Glück hat es jetzt mal geklappt. Ja, wird aber auch höchste Zeit, muss ich sagen. Heute täuscht der Eindruck nach dem Bericht, dass die Mannschaft ein bisschen gebraucht hat, um ins Spiel zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Man hat die zwei Spiele vorher gemerkt, die englische Woche. Und wir haben lange gebraucht, um ein Spiel zu finden. Sie sagen, Mann hat es gemerkt. Merkt das auch ein Torhüter? Ja, natürlich. Wenn St. Pauli immer einen Schritt schneller ist am Anfang oder die ersten 20 Minuten. Und dann merkt man schon, dass die Spritzigkeit fehlt. Dann merkt man schon, dass man am Mittwoch gegen eine gute Mannschaft gespielt hat. Wie HSV 5-2. Ja, und gegen Schalke vorher noch Samstag ein gutes Spiel abgeliefert hat. Das merkt man schon bei einer jungen Mannschaft. Hört sich jetzt natürlich klasse an, Platz 4. Aber wir müssen natürlich auch der Gerechtigkeit halber sagen, dass vier Mannschaften der ersten sechs morgen erst spielen. Darunter Dortmund gegen ihre zweitliebste Mannschaft Mainz 05. Täuschter Eindruck, ist es nur eine Momentaufnahme? Oder haben Sie das Gefühl, in dieser Saison könnte die Eintracht mehr als nur das übliche Mittelmaß erreichen und die Liga erhalten? Das ist schwierig zu beantworten. Also wenn man die ersten paar Spiele sieht, dann haben wir erstmal alle gedacht, erstmal nur da unten rauskommen. Wenn man die letzten Spiele sieht, dann könnte man den Eindruck gewinnen. Deshalb, wir haben eine sehr junge Mannschaft, eine sehr hungrige Mannschaft. Die hat immer an sich geglaubt, auch nach dem schlechten Start. Und wo es endet, ist bei uns nicht abzusehen. 50 Punkte, habe ich mal gehört. Wurde mal so avisiert, wollte man in dieser Saison erreichen. Also wenn man sich überlegt, jetzt haben wir 10. Spieltag. Die Mannschaft hat 16 mal 3, 3 in einem Sinn, sind dann 48. Jo, und in den letzten vier Spielen holt man die zwei noch. Also so unwahrscheinlich ist das nicht. Naja, wir haben jetzt ganz schwere Spiele. Also jetzt kommt erstmal Wolfsburg zu uns. Und wenn man die Offensivabteilung sieht, wird ein schweres Spiel. Und dann spielen wir in Bremen. Also lassen wir erstmal die Spiele spielen, dann sehen wir weiter. Sie haben gesagt, Sie haben eine ganz junge Mannschaft. Aber Sie sind schon ein Gestandener. Also das darf man ja sagen, mit 36, ne? Ja. 36, ja. Und haben Frankfurt auch als wahrhaft Bankmetropole kennengelernt. Nämlich öfter auf der Bank gesessen. Seit Sie 94 da spielen, zieht sich es durch Ihre Karriere. Sie spielen, Sie bekommen gute Noten. Dann kommt ein guter Torhüter oder ein anderer. Dann spielt der wieder, dann sitzen Sie wieder. Und wenn Sie gerufen werden, wenn er sich verletzt oder was auch immer, dann stehen Sie Ihren Mann. Ist das so eine Karriere mit Aufs und Ab, wie man sie sich eigentlich nicht wünscht? Ach doch. Ach doch. Also ich möchte es kein Jahr missen eigentlich. Das sind Erfahrungen, die man macht und auch damit umgeht. Also lernt daraus. Was lernt man daraus? Sagen Sie es mal. Ja, ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht und dann weiß man erst mal, was man einen Traumberuf man hat. Als jüngerer Torwart ist man sehr verbissen, sehr und alles richtig machen und ja, keinen Fehler machen, ja, keine Flanke unterlaufen. Aber mit dem Alter lernt man damit umzugehen, sage ich mal. Das gehört dazu. Gelassenheit? Professioneller? Professioneller würde ich jetzt nicht sagen, gelassener. Weil man lernt mit Fehlern umzugehen, dass die dazugehören. Auch mit der Kritik? Ich kenne keinen, das ist schwierig mit Kritik umzugehen, auch heute noch. Aber man geht besser mit um. Wie machen Sie das? Ich lese keine Zeitung. Ja, ja, ja. Vielleicht nicht so schlecht. Jetzt nennt sich Ihr Verein ja Eintracht Frankfurt, aber die Zwietracht ist immer mal wieder dabei. Da kriegen sich alle möglichen Leute in die Köppe. Also innerhalb der Mannschaft passiert es schon mal. Aber auch natürlich Skibbel und Bruchhagen. Lässt sich das nicht irgendwann mal so ein bisschen Kontinuität da reinbringen? Man denkt sich, Mensch, du hast hier alles. Ein tolles Stadion, eine Stadt, in der das Geld, ich will nicht sagen, auf der Straße liegt. Aber ich habe ja gesagt, Bankmetropole, also da ist ja Geld. Und aber irgendwie so richtig, wenn man durchkommt, die Mannschaft nicht. Ja, es ist auch schwierig, also unter den Top 5 zu kommen, sage ich jetzt mal, oder in den Top 8. Weil das ist schon ein Sprung zu dem, was wir jetzt gerade sind, sage ich jetzt mal. Wir haben im letzten Jahr eine sehr gute Saison gespielt. Wir versuchen das natürlich zu verbessern. Und um ganz nach oben zu kommen, dann muss man, glaube ich, wenn man die Etats von den anderen Vereinen sieht, die sind schon ein bisschen weiter weg. Ah, du meinst, 05 steht oben. Ja, das stimmt. Da kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. Aber bat mal ab, wo sie nach 17 oder 20 oder 25 Spieltagen stehen. Höre ich das Skepsis heraus. Nein, überhaupt nicht. Also Hut ab, was die im Moment abliefern, das ist schon allen Ehren wert. Aber über die ganze Saison haben doch die anderen, die größeren Vereine, die größere Breite im Kader. Da können auch drei mal ausfallen, wichtige Spieler. Da sind drei andere da. Das ist bei uns schon schwieriger. Also wenn drei wichtige Spieler ausfallen, dann haben wir zwar junge, hungrige Spieler dahinter, aber die müssen sich auch erstmal an die Bundesliga gewöhnen und dann wird es natürlich schwieriger. Ich habe ja vorhin gesagt, Sie haben so eine wechselhafte Karriere hinter sich. Sie haben auch, was Trainer anbetrifft, ich habe mal nachgezählt, in 15 Jahren 15 Trainer, unglaublich. Heinkes ist dabei, Körbel, Stepanovic, also ganz unterschiedliche Typen. Berger, Magath, Funkel, Skibbel, das ist ja unglaublich. Ja. Wer hat am meisten Eindruck hinterlassen? Die, die mich spielen lassen haben. Und lassen Sie mich raten, das waren auch die fachlich Besten, oder? Absolut. Keine Fragen. Wenn man jetzt so lange bei so einem Bundesliga-Verein ist, Sie haben fünfmal Nationalmannschaft gespielt mit in Mazedonien. Hat man da nicht mal eine Laune, dass man seinem Berater sagt, hör mal, kannst du mal einen Spitzenverein finden? Ich möchte auch mal Champions League spielen, ich möchte auch mal hier um die Schale mitspielen. Das möchten wir ja alle, aber man kann sich auch ganz gut einschätzen. Und natürlich war der Gedanke schon mal da, den Verein zu wechseln, vor allem, wenn man nicht spielt oder länger nicht spielt. Aber dann weiß man auch, was man an dem Verein hat oder was man an dem Umfeld hat oder wie auch immer. Und Eintracht Frankfurt ist ja auch nicht der allerschlechteste Verein. Deshalb war ich eigentlich fast immer zufrieden. Vor der Saison auch, da hieß es eventuell New York, Red Bull, New York. Das war zum Ende der letzten Saison, ja. Immer so einen Sprung zum Schluss noch so ein bisschen. Ja, das wäre jetzt nicht sportlich reizvoll gewesen, das wäre halt eine Lebenserfahrung gewesen, aber... Auch finanziell? Nein, absolut nicht. Nie? Nein, nein, das kann ein Backcamp vielleicht haben. Aber der Kühlschrank ist voll. Der Kühlschrank ist voll, ja. Nein, das wäre eine Lebenserfahrung gewesen, aber ich habe gemerkt, dass der Trainer stark auf mich baut, der Vorstand auf mich baut und deshalb wollen wir doch noch ein bisschen was hier erreichen. Danke, Orka Nikolov. Die schießen aber gleich noch auf die Torbahn, das ist versprochen, ne? Zum ersten Mal hier und... Wenn ich schon mal da bin, ja. Ganz genau. Und es gilt ja, die fünf Treffer von Frank Rost hier zu überbieten. Fünf? Und Sie haben sechs Möglichkeiten, ja. Das sollte zu machen sein. Also, nochmal danke und ja, Kompliment für die Mannschaft und geben Sie es weiter. Orka Nikolov. Danke. Applaus Applaus Applaus